so dann ist hier immer noch nichts hinter und nein ich kann diese Kamera nicht mitmachen die Testapparatschaft liefert einen gewichteten Begleiterkobus in 3, 2, 1 auch wie süß steht sogar drauf okay Testkammer 17 mehrgewichtete Begleiterkobus begleitet sie durch die Testkammer passen sie auf ihn auf oh ja gerne was wie hoch hier hoch ähm Moment wo kann ich denn also ein Portal kann ich hier soweit schon mal ich bin vielleicht auch ein klein bisschen so einmal hier hoch so hier hin abstellen hier hoch gut und ich möchte gerne diese Bilder weg machen ähm so vorsichtig aufpassen da kommt der wieder abgeprallt abgeprallt die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Test sind aber glaube sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen das Enrichment Center erinnert daran dass der gewichtete Begleiterkobus nie drohen wird sie zu erstechen und gar nicht sprechen können wieder drohen nicht mich zu versteichen Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui huuuu Mist da sollte ich eventuell rückwärts gehen hahaha gut ach so eh ich denke immer Oh, danke schön. Schafft man das so schnell? Oh, der kommt zurück. Scheinbar kann man das schaffen. Nein. Mist. Ach so. Ich denke mir immer, der muss doch jetzt... ...laden. So, von hinten kann ja jetzt keiner kommen. Und wenn ich jetzt eh die Treppen runter bin, ist ja okay. So. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, ist mir egal. So, die nächste Kamera muss dran glauben. So. Sodala und Desta wegen. Eins, zwei, drei. Ich brauche ein Portal. Funktioniert das? Aber der strahlt da hin. Ich befürchte, das wird gar nicht so... ...ganz funktionieren, wie ich gerade möchte. Ne, ich bin da oben lang gelaufen. Und der wird ja hier runter. ... ... ... ... ... ... ... Jetzt ist eh... Okay. Ist hier ein Blausportal? Na, genau. Warum nicht gleich so? Komm mal her, mein lieber Kubus. Wumms. So. Was haben wir hier? Ich möchte reinzoomen. Oh, wie sü- Oh, 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 oh. Falsches Portal. So, ganz viele Kameras. Sie is watching you. Beep. Okay. Cube, 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 cube. Stop watching. Oh, das ist einfach der Schönste. Was ist der Bild hier? Moment, wie funktionierte das? Egal. Not in cruelty, not in wrath. The Reaper cared today. An Angel visited the gray path and took the cube away. Taste the Kuchen. Äh, cake. Taste the Kuchen, genau. Taste the Kuchen. Für alle, die es wissen wollen. Taste the Kuchen. Ähm, was habe ich aktiviert? Ich habe scheinbar... Warum auch immer... ...nur diese erste Plattform hier... ...aktiviert. Ach so. Ich muss das Ganze mehrmals machen. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Oder? Nee. Das wird nicht richtig sein. Der ist doch aktiviert. Der ist doch aktiviert. Was gelöst wurde. Oh, okay. Brauche ich also nicht auch... Brauche ich also auch nicht auf ihn warten. Was haben wir hier denn? Nettes. Hier können wir kein wirkliches Portal setzen. Hilft uns vielleicht unser netter Kubus hier weiter. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Wie, der spricht nicht? Sollte der gewichtete Begleiter Kubus denn noch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Ähm... Ja, okay. Das bedeutet, da kommt er, der Kubus kommt eher auf diese Tür. Tür sag ich schon. So, damit ist die offen. Wenn ich mich hier vorne drauf stelle, mach ich die offen. Ähm... Ich muss doch jetzt nicht... Echt doch scheinbar schon. Lalalala. Da hinten ist echt ne Dingenswand. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und er fliegt rein. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Irgendwie fehlt mir ne Rennentaste. Ich komme mir sowas von langsam vor. Huh! Stimmt, ich hatte das Portal, die hat er unten hingesetzt. Ah. Okay. Ähm... Genau. Laufen wir nochmal schnell dahin. Lalalala, lalala, 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 lalala. Ich würde gerne die Kamera zerstören. Und du gehst rein. Okay. Gut, laufen wir wieder schnell zurück. Lalalala, lalala. Ich habe echt das Gefühl, wir sind schneller beim Bespringen. Macht das sonderlich Sinn? So, ach so. Der Kubus liegt noch da und ich sollte das Portal setzen. Ha! Sehr schön. Ich habe echt einen Schaden. Vielen Dank.